Um es nicht nur rein verbal darstellen zu müssen. Heilsversprechen oder die richtigen Fragen stellen. Also in dem Moment, wenn man eine Organisation verändern will, beraten will, zum Wissensmanagement, zum Lern-OS bringen, wie auch immer, hat man ja immer die Frage, wie fängt man an. Also jede Organisation ist anders und hat ihre eigenen Probleme. Deswegen ist dann der Beraterspruch immer, ja, it depends, ja, sag mir mal genau, wo momentan der Schuh drückt, dann sage ich dir schon, dass ich eine Lösung dafür habe. Das ist natürlich dann immer speziell für eine Organisation und lässt sich jetzt auch für solche Leitfäden nicht so richtig verwenden. Zum anderen, wenn man auf die Ebene One-Pager geht, wie das der Simon ja gemacht hat, glaube ich, das ist, glaube ich, genau, das ist ja für Lern-OS für alle drei Ebenen, Individuum und Team. Dann ist man eben auf dem, also notwendigerweise, deswegen ist auch keine Kritik, aber notwendigerweise ist man dann auf einer Flughöhe, die eben da heißt, ja, Wissensgesellschaft oder alles verändert sich so schnell. Also man ist auch angewiesen darauf, dass man es komplett allgemein formuliert. Wäre schon eine Herausforderung, diese allgemeine Formulierung auf Ebene Organisation, Team und Einzelpersonen zu finden. So, es ist dann so ein bisschen abstrakt. Und die Frage, die wir uns da vor ein paar Wochen nochmal gestellt haben, als wir uns die Leitfäden angeschaut haben, war dann, naja, kann man nicht irgendwie eine Abstraktionsebene unterhalb finden, also konkreter sein als VUCA-Welt, Wissensgesellschaft, alles ändert sich. Also kann man da irgendwie Fragen finden, die konkreter sind, ohne dass man jetzt eine Organisationsberatung macht, wo man erst ein Vorgespräch führt. So, das war mal die, war irgendwie mal die Herausforderung. Ist das einigermaßen so verständlich oder ist es schon zu abstrakt? Ne, ich kann das total bestätigen. Also hatten wir auch schon ein paar Gespräche. Man ist halt entweder immer auf so einer Superflughöhe, wie VUCA und digitale Transformation und Co. Oder man ist auf so einem super Mikro-Level, so demografischer Wandel. Zehn Prozent der Belegschaft gehen in Ruhestand in den nächsten zwei Jahren. Wir müssen deren Wissen bewahren. Und die Mittelschicht, die fehlt eigentlich immer. Genau. Und die kann man jetzt natürlich irgendwie auch nicht wirklich, ich schaff das mal mit, Mikro-Ebene, die kann man jetzt auch nicht so ohne Weitwissen natürlich erzeugen. Aber was einem halt einfällt ist, und so sind wir, glaube ich, auch rangegangen, mit einer Handvoll-Konzepten, mit einer Handvoll-Konzepten, und sowas braucht man eben zum einen, wenn man konkretere Fragen stellen möchte. Und dann kam uns eine andere Idee irgendwie in die Quere vom Kontra-DF-Zyklen. Das ist ja eine Theorie darüber, wie sich Wirtschaft entwickelt. Und da ist eben dann, das geht schon los. Der fünfte Kontra-DF-Zyklus ist, glaube ich, der mit der Informationswirtschaft. Und beim sechsten, da weiß man noch nicht so lange, da weiß man noch nicht, wo es hingeht. Das sind ja extrem lange Zyklen. Man versucht da so einen Bereich von 30 Jahren, hat der quasi vorgedacht, der Herr Kontra-DF. Und der verwendet aber unter anderem eine ganz einfache Unterscheidung, nämlich sich immer zu fragen, wenn es so eine gesellschaftliche Transformation gibt, ja, was ist denn im Überfluss vorhanden, ja, und was ist denn knapp? Ja, also eigentlich eine ganz einfache Frage. Und irgendwie kamen wir auf die Idee, na ja, man könnte ja mal versuchen, diese Fragen, ist da zu viel davon da, oder haben wir davon zu wenig, mal auf, ja, so High- oder Mid-Level-Modelle anzuwenden. Wolltest du wieder teilen? Nein, weil ich sehe, dass du auf dem Whiteboard gerade zeigst, aber nicht teilst. Das ist schön, dass du das siehst. Ich habe auch gar nichts absichtlich gemacht. Danke für den Hinweis. Und das fuhrst du mit der Maus gerade über Überfluss und knapp. Ja, beim draufklicken hat es sich verabschiedet. Soll ich es teilen? Nein, der rote Rahmen muss da sein. Exzellent. Ja, genau. Und dann macht er immer den ganzen anderen Kram klein und dann sieht man nichts mehr vom Team. Das ist, finde ich, so ein bisschen, genau. Also Überflussknappheit, von was haben wir, kann man ja mal ganz einfach machen, für die eigene Organisation oder für das eigene Team. Man kann das auch ohne dieses zweite Modell machen. Von wo haben wir zu viel, wovon haben wir zu wenig. Würde vielleicht auch schon funktionieren. Wir machen es hier ein bisschen mehr advanced und haben uns gesagt, jetzt nehmen wir mal so ein mittleres Modell und wenden das mal drauf an. Oder wir haben gesprochen, das wäre doch ganz cool, das zu machen. Genau. Und irgendwie war dein Modell gerade noch nicht ganz fertig, Simon, oder? So war es. Und was macht man dann? Dann habe ich gesagt, naja, da habe ich doch noch was ganz Altes, was extrem elegant ist und gut funktioniert. Und das hat acht Kategorien. Und dann nehmen wir doch das mal her. Das ist aus dem Wissensmanagement-Analyse-Modell aus den 2000er Jahren. Knowledge-Management-Reife-Modell ist egal. Ihr kennt das alle, wenn ihr an Organisationen arbeitet, was da für Kategorien sind. Also es geht um Strategien und Ziele, um Führung und Unterstützung. Ich habe schon alles ein bisschen moderner gemacht als im Jahr 2000. Es geht immer um, es gibt so etwas wie die Unternehmensumwelt. Es geht immer darum, Leute auf, an die richtige Stelle zu setzen. Und die müssen dann möglicherweise auch die richtigen Kompetenzen haben, die ich da schon falsch geschrieben habe. Das Ganze, die ganze Aufbauorganisation, was eigentlich immer so wahnsinnig wichtig ist, haben wir damals schon zusammengefasst, eigentlich unter einem Punkt, Prozesse, Rollen, Organisationen, also alle formellen Regeln und so weiter. Es gibt so ein, zwei Kultur, nicht zu vergessen. Und dann gibt es noch ein, zwei Sachen, die mehr Wissensmanagement-spezifisch sind. Also habe ich dann mal versucht, diese Frage, haben wir zu viel oder haben wir zu wenig, auf diese acht Kategorien, die auch noch eine innere Logik noch haben, anzuwenden. Und es geht, da kommen dann am Ende 16, erst mal 16 Ideen raus. Also zumindest bei mir funktioniert da noch ein bisschen das Denken anzuregen. Und das könnten eben dann Fragen sein, die so Anfangswerte beschreiben. Jetzt gebe ich mal ein Beispiel. Für zu viel Strategie ist mir eingefallen, unsere Strategie, also wir haben zu viel Strategie, sagt ja irgendwie keiner, aber man könnte zum Beispiel feststellen, unsere Strategie ändert sich zu oft. Das ist irgendwie keine Strategie. Hätte man schon mal eine Frage für das Thema Strategie. Oder zu wenig Strategie. Irgendwie der Klassiker, unsere Strategie ist, also kennen zu wenig Mitarbeiter. Soll ich nochmal was machen? Nochmal eine Kombination? Hat jemand eine Idee? Oder hat jemand jetzt schon mal selber im Kopf ausmultipliziert und hat schon eine Idee zu so einem Kreuzungspunkt? Ja, Prozesse. Ja. Bist du audiomäßig noch da? Ja, 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 ja. Ich überlege gerade, wie ich den Kreuzungspunkt formulieren würde. Also zu viel und zu wenig. Es wird ja viel kritisiert, dass man sozusagen, wenn man so rein in so einer Prozesskultur ist, alle ihr Gehirn abschalten und alles so dienst nach Vorschrift oder sehr bürokratisch läuft. Umgekehrt lernt man, dass mit so Modellen wie Holokratie, also alles ist Selbstorganisation, alles strukturiert sich selbst, nur Organisation halt sehr systematisch in die Überforderung fährt. Was hast du jetzt zuerst gesagt? Das war zu Tode geregelt, hätte ich jetzt gesagt, aber ich bleibe mal näher. Ja, kann man sagen. Nee, sag mal das, was du gesagt hast. Überbürokratisiert. Überbürokratisiert. Also überbürokratisiert versus quasi kontinuierliche Überforderung durch zu viel Selbstorganisation. Du hast jetzt ja sofort schon gleich mal irgendwie die Kombi gemacht. Ich glaube, ich hatte den Überfluss so. Und du hast ja sofort wieder ein Spannungsfeld konstruiert. Also manchmal findet man auch gar nicht also schon wieder Überforderung durch Selbstorganisation. Genau. Wobei es jetzt glaube ich dann für eine ich habe es extrem klein, ich tippe mal blind. Okay, genau. Also das hat schon mal funktioniert in deinem Gehirn. Vielleicht noch jemand anderes. Ich habe noch mal eine spontane Idee. Keiner. Keiner in der Organisation. Alle haben genau das das richtige Maß an Vielleicht machst du noch mal ein Beispiel von dir da rein. Machen wir noch mal eins. Genau. Was habe ich denn da? Das muss man sehen. Also was habe ich denn da? Auch bei Leadership und Support ist ja auch immer schön Führung und Unterstützung. Jetzt habe ich es nämlich auf Englisch gemacht gehabt. Machen wir es hier mal auf Deutsch. Bei Führung und Unterstützung habe ich halt, naja klar, zu viel Mikro-Management durch mittlere oder First-Line-Managers. Ist klar, zu viel Mikro-Management. Und zu wenig? Habe ich mir was zu wenig ist? Ja, zu wenig könnte man sagen, die machen administrative Jobs, aber es ist eigentlich keine richtige Führung. Also da kann man so ein bisschen die Unterscheidung zwischen, wenn man die bemühen will, zwischen Leadership und Management anführen. Was für Orientierungslosigkeit dann? Ja genau. Orientierungslosigkeit. Sagen wir jetzt quasi diese zu knapp Seite. Man muss ja auch nicht bei allem was finden. Manchmal dauert es ein bisschen länger. Es ist ja auch klar, wenn man das ausmultipliziert, so quasi, tippen und sprechen schwierig gerade, wenn man das, dann hat man es halt durchdacht und findet halt da nichts. Das geht jetzt ja auch nicht nur mit diesem Modell, sondern es geht halt auch mit, natürlich mit anderen Modellen. Es ging auch mit einer zweiten Unterscheidung. Wobei, ich hatte dann so in der Vorbereitung im Kopf, dachte mir, naja, wenn ich jetzt Mensch-Organisation-Technik nehme, also diese ganz knappen Modelle, dann könnte es sein, dass es schwierig wird. Weil die einfach zu High-Level sind, also zu viel Mensch, zu wenig Mensch, selbst da fällt einem vielleicht was ein. Aber es scheint auch so zu sein, dass man das Modell, und das muss ja nicht nur eins sein, was man dann gegen diese Unterscheidung hält, muss halt schon auch ein bisschen Konkretisierungsgrad haben, sprich ein paar Konzepte haben. Ich hatte gerade den Link zu diesem Lern-OS für Organisationen in Canvas mal gepostet, da haben wir versucht, das ein bisschen dadurch zu umgehen, dass das dann immer kombiniert ist. Also dass zum Beispiel Mensch und Fähigkeiten ist zusammen ein Feld, wo man dann nicht sagt, man hat zu viel oder zu wenig Menschen, sondern man hat halt zu wenig Menschen mit der Fähigkeit, Data Science zu betreiben, zum Beispiel, oder zu viele Menschen mit der Fähigkeit, Verbrennungsmotoren zu entwickeln. und da wäre es jetzt schon ausmultipliziert. Nee, ist auch einfach nur das Feld, das Feld aufgemacht. Menschen mit Fähigkeiten. Ah ja, genau. Ja, ja, gut. Also das sind ja, wahrscheinlich ist man da relativ nah bei den, relativ nah bei so einem Abstraktionsniveau von so einem K-Triple-M. Das kriege ich jetzt gerade noch mit rein. Okay. Genau. Genau. Aber das wäre bei dir unten so dieses Stuffing und Kompetenzen. Genau. Das würde wahrscheinlich ähnlich sein. Und also die Idee ist jetzt eben nicht da, die einzige Wahrheit zu schaffen, sondern mal zur Diskussion zu stellen, ob das irgendwie ein brauchbares Vorgehen ist. Im Grunde nehmen wir eine Unterscheidung, man nimmt eine Basisunterscheidung und ein Modell mit hinreichend vielen Konzepten und multipliziert das aus. Und guckt, also so wie ein morphologischer Kasten, das ist ja eine Kreativitätstechnik, und guckt, ob da ob da irgendwie was Sinnvolles rauskommt. Und die Hoffnung ist eben, dass da müssen wir mal vielleicht liefern im Lern-Race-Kontext, dass wir mal solche Fragen eben ausformulieren, abstrakt generell. Aber das lässt sich natürlich auch für den eigenen Firmen-Kontext oder für das eigene Projekt machen. Um dann eine Strategie oder einen Weg zu entwickeln, wie man quasi an das Thema, was sind eigentlich die wichtigsten Handlungsfelder für uns, um Lern der Organisation zu werden oder professionelles Wissensmanagement zu betreiben, rauszufinden. Das war ja auch in K Triple M damals so die Idee, wenn ich eine gewisse Ressource auf Wissen und Lernen verwende, was sind denn die Felder, wo ich die am dringendsten brauche? Genau, wobei das war ja eher so eine klassische Analyse. Man hat eigentlich nur geschaut, wie macht das jetzt denn? Und natürlich, wenn Leute erzählen, wie es in der Organisation läuft, dann erzählen die natürlich auch, was nicht gut läuft. Und insofern haben wir da auch immer ganz gute Ansatzpunkte für ein Wissensmanagement gefunden. Also im Grunde ist ja die Frage, hast du ein Problem und hat es irgendwas mit Wissen zu tun? Ansonsten, da bin ich jetzt als allgemeiner Berater unterwegs, dann verkaufe ich alles, aber mit dem Anspruch, dass man da einen bestimmten Fokus bedient, war natürlich dann schon die Frage, hat das was mit Wissen, Wissensbasis, Wissensteilen zu tun? Aber diesen Zielaspekt, den hatte das K Triple M halt nicht. Dann gibt es ja die Wissensstrategie, da ist dann eher so die Frage, ja, an welchem Thema hakt es denn? Aber, und das ist auch okay, und eigentlich braucht man beides, an welchem Wissensgebiet hakt es denn und wie läuft es denn in der Organisation? Und dann kann ich mir so eine Intervention vielleicht ausdenken, wobei ich glaube, jetzt diese Idee, eine Basisunterscheidung auf so ein mittelkonkretes Modell anzuwenden, die ist eben schon nochmal anders, die ist halt schon mal ein bisschen konkreter. Ja. Jetzt würden wir uns damit nicht beschäftigen. Jetzt wäre es echt cool, wenn jemand eine coole Idee hätte an irgendeinem Kreuzungspunkt. Oder auch, wenn jemand da sitzt mit vielen Fragezeichen im Gesicht, einfach kurz Mikrofon auf und sagt, ich habe überhaupt keine Idee, worüber er da gerade redet. Wir brauchen den ersten Schweigensbrecher oder Brecherin. Wahrscheinlich sind alle noch im Wald und haben einen Kaffee trinkt. Da, die Angelika hat die Hand gehoben. Die Hand gehoben. Also, ich wollte jetzt mal nachfragen, weil ich finde das sehr interessant und das Modell auch ziemlich cool. Wollt ihr jetzt zu diesen einzelnen Punkten, Kultur, Strategie und Ziele, solche Überfluss- und Knappheitskriterien erfassen? Jetzt hier in der Session? Oder ist das was, was ihr... Wir haben nicht den Gedanken, dass wir das sozusagen durchdeklinieren, um ein finales Ergebnis zu bekommen, sondern uns hat angetrieben, was können wir den Leuten als Handreichung mitgeben, um in einer Organisation zu argumentieren, warum solche Ansatzpunkte Wissen und Lernen zu systematisieren wichtig sind? Also, was ist die Herangehensweise? Weil man hat ja immer, weiß ich nicht, wenn man sagt so, ja, die Mitarbeiter gehen in den Ruhestand, wir müssen das Wissen bewahren, dann nicken immer alle und wenn man dann sagt, ja, wir könnten das und das machen, passiert dann oft nichts. Und so ähnlich ist das mit digitaler Transformation und Internet der Dinge und Wissensgesellschaft auch. Und da haben wir uns halt gefragt, was ist so ein Handwerkszeug, mit dem jemand, der jetzt sagt, eigentlich müssten wir mit unserer Organisation in Lern-OS für Organisationen einsteigen, verschiedene Leute überzeugen und gewinnen, vielleicht in so eine Koalition des Lernens einzutreten und das zu systematisieren. Aber wo kommen die Argumente her? Zeige ich denen einfach eine McKinsey-Studie? Oder habe ich eben so einen Ansatz, wie jetzt so ein Modell mal zu spiegeln, an den, was ist denn in meiner Organisation zu viel oder zu wenig und da draußen angepasstes Argumentarium zu bekommen? Aber die Frage war natürlich schon ganz sinnvoll, also genau nicht sinnvoll, sondern genau richtig. Uns interessiert genau Feedback, also ob das überhaupt eine gute Idee ist, das so zu machen. Also ob ihr euch das vorstellen könnt, also ob es überhaupt verstehbar ist, ob ihr euch das vorstellen könnt. Hier werden wir es bestimmt nicht ausdeklinieren können, hat der Simon ja schon gesagt. Vielleicht habt ihr auch noch Modelle, wo er sagt, ich möchte es mit der Unterscheidung nicht überflussknapp, sondern mit einer anderen Unterscheidung und einem anderen Modell machen. Auch das wäre cool. Das wäre ja auch schon eine Rückmeldung, die eigentlich zeigt, dass es irgendwie funktioniert, was wir uns da ausgehöhnt haben. Ich kann mal noch was Zweites zeigen. Dann weiß ich nicht, wer gerade ansetzen wollte. Wollte Angelika noch was sagen dazu? Nee, alles gut. Ich höre mal noch ein bisschen zu. Da muss ich erst drüber denken. Alles klar, danke. Also Moment, teile ich schon. Seht ihr was? Seht ihr den Canvas? Ja. Also das war so die Carstens K-Triple-M-Modell und die Erstellung von dem Canvas war so ein Ding, wo wir überlegt haben, was für Fragen gibt man Leuten mit. Ein zweites, was hier drin ist, ist aus dem Wissensmanagement-Standard ISO 30401 und dem begleitenden Buch dazu. Die nutzen die Metapher, dass das mit Wissensmanagement man sich eigentlich so vorstellen kann wie in so einer Küche. Man hat einen Chefkoch, der bestimmte Skills hat und der bereitet dann was zu und die anderen essen das. Es geht darum, eine Atmosphäre zu erzeugen, in dem Wissen entsteht und gedeiht. Da gibt es dann den Besitzer des Restaurants und so weiter. Also ganze Story dazu. Aber da werden eben auch in dem Canvas quasi hier so einzelne Themen benannt, zum Beispiel hier oben Rollen oder Prozesse oder Technologie und Infrastruktur. Und die gehen jetzt mit standardisierten Fragen ran. Also ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt. Ich kann gleich den Link noch in den Chat posten. Da steht dann zum Beispiel bei Prozesse drin, do we have defined, documented and approved processes and methods? Oder bei Technology and Infrastructure, how well do our technology, infrastructure and physical architecture support KM needs? Also man hat so Triggerfragen, die Menschen auf die Idee bringen. Das wäre ein anderer Ansatz. Dieses Spiegeln, was Carsten gezeigt hat, an zu viel zu wenig ist einer. Das wäre ein anderer. Und wir sind so ein bisschen auf der Suche nach, woran glaubt ihr, was ist so der richtige oder funktionierende Ansatz? Wenn man sagen muss, diese Fragen, das K Triple M hat halt auch irgendwie dann 160 Fragen. Also das ist so ein klassisches Assessment-Ding, ja. Und eigentlich war man auf der Suche nach ein bisschen was Kreativerem, ja. Also das könnte ja auch aus dem Qualitätsmanagement dann schon wieder kommen, ja. Dann geht es wieder los, habt ihr das? Ja, nein, muss man Schulnoten vergeben oder so. Aber man kann sicherlich, also eigentlich ist das so ein bisschen ein Werkzeug, um diese Fragen möglicherweise zu generieren oder so. Es ist natürlich schon so, dass diese Idee mit dem Überfluss und Knapp, die ist natürlich schon so ein bisschen schick, also finde ich die. Weil, ja. Christian hat die Hand gehoben. Ah, gut. Genau, ich kann mit Überfluss und Knapp gut leben, aber ihr habt einen der neuralgischen Reizbegriffe gleich doppelt in eurem Strukturprogramm, wo ich inzwischen eine leidenschaftliche Position habe, dass Kultur in der Reihenfolge da überhaupt nicht hingehört. Und sie taucht immer wieder auf, also offensichtlich setzt sich die Idee, von der ich überzeugt bin, dass es ein indirekter Parameter ist und kein direkter, nicht durch. Und ich würde sie in solchen Programmen jetzt einfach nicht mehr adressieren wollen. Ja, verstehe ich. Weil sie ist etwas, sie entsteht aus allen anderen. Ja, ja. Man geht auf den falschen Pfad, wenn ich jemand den Eindruck vermittle, ich könnte irgendwas aus dieser Kultur aktiv machen und könnte da Überfluss und Knappheit definieren und dann irgendjemand dabei helfen, bessere Wertschöpfung zu machen. Und das ist erstaunlich, weil seitdem ich das einmal so begriffen habe, ich richtig, neurotisch ist es zu viel, aber ich extrem empfindlich und kann an nichts mehr denken. Wenn ich dann so ein Kulturbubble sehe, höre ich dir nicht mehr zu, sondern denke mir, ah ne, so geht es nicht. Das ist der falsche Pfad. Das ist gut, das ist gut. Da muss, ist jetzt irgendwie schlecht, oder? Aber es ist gut, es ist gut, wenn du damit deinen Frieden machst. Ich kann das, ich kann das, ich kann das gut verstehen. Ich schicke dir den Link auf die Dissertation, auf die Stelle in der Dissertation. Du hast völlig recht, ja. Ja, guter Punkt. Also das Ding heißt ja irgendwie auch Collaboration und Culture in dem Urmodell und es kommt eigentlich ins Modell als Spiegelbild zur formellen Organisation. Aber ich gebe dir völlig recht, also wenn man jetzt sofort auf die Interaktion, also Quatsch, auf die Intervention schaut und sagt, was kann ich denn da machen? Dann musst du das sicherlich komplett, also man kann die Kultur nicht ändern, aber du kannst sie halt auch nicht so gesteuert ändern. Und das hast du völlig, hast du völlig recht. Nichtsdestotrotz, was ist, schau mal, was sind wir bei mir rausgekommen? Ich habe mich dem irgendwie da gestellt, was ist das, wenn man auf die Kultur 13, 14, da habe ich geschrieben, too much culture is nonsense, ja. Wir haben so viel Kultur. Ist auch betriebswirtschaftlich natürlich Quatsch, also der hat keine Kultur, sagt man, wenn einer irgendwie sich beim Essen nicht ordentlich aufführt, aber rein betriebswirtschaftlich, Managementlehre, hast du immer eine Kultur, das ist ja auch das, was du meinst, aber man kann zum Beispiel sagen, unsere Kultur ist irgendwie nicht so durchgängig, es gibt diese starke und schwache Kulturgeschichte oder man könnte sagen, unsere Kultur irgendwie ist gegen Lernen irgendwie. Wir haben Kulturelemente bei uns, die sozusagen, die sind extrem Lern... Kultur ist so, wie das System Intelligenz sie gemacht hat. Das heißt, es gab irgendeinen guten Grund. Ja, das hat sie auch gemacht. Ich weiß, wie wir uns verhalten, sinnvoll war. War das was zu einer... Und es darüber zu probieren, lenkt auf den falschen Pfad und es erstaunt mich, auch in deinem wunderbaren Bild von Simon, ist es immer drin und Collaboration hat eine ganz andere Qualität wie Kultur. Also wenn ich da Collaboration and Culture reinschreibe, dann hat entweder der Kollege einen ganz anderen Kulturbegriff wie den, den ich mir angeangelt habe oder es ist ja nur ein kleines Element, die Kollaboration im Rahmen eines Kulturbildes. Also ich würde versuchen, hier mal ein bisschen zu vermitteln, weil ich glaube, wir haben gerade schon demonstriert, dass man über Kultur hoch und runter diskutieren kann. Wenn man jetzt so ein bisschen ans Vorgehen denkt, würde ich vorschlagen, das in einem Vorgespräch mit dem entsprechenden Sponsor mal abzuklären, wie seine Haltung dazu ist und dementsprechend dann halt eben den Kulturaspekt mehr oder weniger zu betonen oder rein oder rauszunehmen. Wir haben ja keinen Sponsor sozusagen an der Stelle. Unser Sponsor ist ja irgendwie ein möglichst scharfes Nachdenken. Wobei man sagen muss, schon witzig, also wenn man eben dieses Ausmultiplizieren probiert, das ist schon klar, es verhält sich, man merkt das auch dabei, es verhält sich anders. Also zu viel Kultur macht keinen Sinn, zu wenig Kultur macht auch keinen Sinn, aber man kann sich immer andere Fragen stellen. Ist die Kultur vielleicht lernavers oder so? Mir sind gerade zwei Kleinigkeiten noch eingefallen. Zum einen hat mich die Diskussion gerade stark an deinen ehemaligen Kollegen, den Josef Hofer-Alfais, erinnert. Der hatte nämlich im Wissensmanagement-Magazin mal einen schönen Artikel, wo er eben genau zu dem Aspekt geschrieben hat, wenn man Berater zum Thema Wissensmanagement im Haus hat und das Erste, was die sagen, ist, um Wissensmanagement aufzusetzen, braucht man eine bessere Kultur, soll man die sofort rausschmeißen. Genau aus dem Aspekt. Nein, die Berater rausschmeißen. Und wir haben in dem Canvas für Organisationen haben wir das Feld Kultur und Werte genannt, weil wir für das Kultur, für den Kulturbegriff der Organisation das Dreiebenenmodell von dem Schein verwenden, Edgar Schein. Was hier visualisiert ist, ich habe es gerade mal geteilt, das macht man oft mit so einem Teichrosenmodell oder Linienmodell. Man sagt, man hat unten die Wurzeln der Pflanze, das sind so Überzeugungen und Prinzipien. Also davon bin ich überzeugt. Das ist meine Haltung zu irgendwas. Dann hat man die Stile, wenn ich ins Wasser schaue, sind die schon so ein bisschen sichtbar, aber verschwommen. Das sind so Einstellungen und Werte. Und das, was über der Oberfläche sind, diese Blätter, das ist das sichtbare Verhalten und Artefakte. Und das kann man jetzt auf eine Gesellschaft beziehen. Also was weiß ich, wenn ich so ein Artefakt habe, wie ein Arbeitsamt oder ein Amt, bei dem ich Hartz IV beantragen kann, dann ist das eine Sichtbarmachung von dem Wert der Solidarität und eine bestimmte Haltung oder ein bestimmtes Menschenbild ist dahinter. Und über den Weg kann man ja schon sagen, wenn mir Offenheit wichtig ist in der Organisation, dann kann ich drauf gucken, wie Bosch das macht, wie viel Prozent meiner Communities in der Organisation sind offen und wie viel sind geschlossen. Und das ist wirklich das sichtbare Artefakt. Oder wie viele Dokumente, Christian, die du erstellst, sind auf deinem OneDrive und wie viel sind Public. Und dann kann ich sozusagen da drüber auf deine Werte und deine Überzeugungen rückschließen und versuchen quasi Verhalten oder Artefakte zu ändern. Oder sowas wie Open-Door-Policy, offene Büros als Artefakt. Mache ich das, weil es hip ist oder mache ich das, weil ich überzeugt davon bin, dass offener Austausch und wie ich kann jeden jederzeit ansprechen wichtig ist. Deswegen würde ich Kultur nicht ganz rausdefinieren, aber es ist einer der schwierigeren Felder, da reinzunehmen und damit etwas zu tun. Naja, wenn man halt vor allem, wenn man hingeht und sagt, ich möchte da direkt Maßnahmen dran ansetzen, weil das ist ja der einzige Kritikpunkt. Das ist eher eine abhängige Variable und die reagiert träg. Ich würde auch immer behaupten, aber dass es schon Akteure gibt in der Organisation, die die Kultur leichter ändern können als andere. Wenn da euer CEO nämlich in Jeans oder was auch immer auftritt, gut, dann kommen alle anderen auch in Jeans plötzlich. Haben wir auch schon. Aber es gibt schon Leute, die haben einen speziellen Zugriff, also die können eben über diese oberen Ebenen von dem Schein über verändertes Verhalten und zwar glaubwürdig ist und dauerhaft verändertes Verhalten kannst du eine Kultur schon ändern. Aber es ist klar, es ist die trägste Variable und ich könnte auch einen Abend lang mich aufregen drüber. Also vielleicht machen wir da mal zusammen was. Müssen wir wahrscheinlich ein bisschen was einwerfen vorher. Hast du deine Hand noch oben, Christian? Oder schon wieder? Nein, nein, nein. Immer noch. Entschuldigung, ich habe sie wieder unten gehabt. War gar nicht nervig. Ich folge Stefan mit seiner Lösungsformel und es gefällt mir sehr wohl und ich finde es so spannend, es gibt ja auch Beratungsorganisationen, die ausdrücklich sagen, über diese Kulturanalysen kriege ich Impulse und ich bin mir aber eben nicht sicher, ob es nicht schon von vornherein etwas ist, wo ich an anderen Stellen, also ich habe Quadranten, die viel wirksamer sind für Transformationsprozesse anzustoßen und weil gute Werte haben sich aus einem guten Grund herausgebildet und wenn der Grund nicht mehr da ist, muss ich an diesem Grund suchen und ihn nicht über die Wertanalyse rauszukriegen. Aber wir können es verkürzen, Stefan hatte schon recht, ich wollte euch nur teilhaben lassen, dass ich bei so etwas einen gewissen Blutdrucksteigerung und ihr wolltet ja Diskussionen. Was ist ein Quadrant, wo du sagst, der eignet sich besser um da zu intervenieren, ist auch schwer fremd worden, um da Maßnahmen dran anzusetzen? Ja, Prozesse, Organisationen, Rollen, das ist das, wo ich das Gefühl habe, du musst am System, musst die Regeln im System ändern und vielleicht hilft dabei eine Kulturwertanalyse rauszukriegen, was du ändern willst, aber in Wirklichkeit musst du dann gucken, warum haben sich die Werte so gebildet, was war der wertschöpfende Grund, dass irgendjemand beschlossen hat, dass es so ist und wenn ich den nicht ändere, kann ich an hübschen Kulturelementen, da ist der Hoodie, dann vielleicht ein Element, das alle in Hoodie tragen, aber deswegen ist die Kollaboration auch nicht besser, bloß weil er ein Hoodie trägt, also das ist der Aspekt, warum funktioniert Kollaboration nicht gut, was gibt es für einen Grund dafür und wenn die Ursache nicht beseitigt ist, kannst du auch hübsche Kollaborations-Hoodies anziehen, die ändern dann nichts an dem Wirkproblem in der Organisation. Das heißt, wäre dann so ein Beispiel, wenn man jetzt mal bei Organisation bleibt und das an dem Cotter-Dual-Operating-System spiegelt, dass man sagt, zu viel wäre, wir sind zu viel links in der Hierarchie in unserer Tagesaufgabe, in unseren Projekten unterwegs, haben zu wenig Freiraum, Netzwerk-Communities, mal auf ein Barcamp zu gehen, uns offen auszutauschen, Meetup zu machen. Das wäre jetzt so eine Logik in Carstens Raster, wie man mit diesem zu viel, zu wenig an der Dimension Organisation ansetzen könnte. Ja, ich kann euch, mich bewegt seit zwei Tagen, ist ein ganz neues Phänomen in meiner Organisation. Ich werde jetzt gefragt, ich werde gefragt, was kam konkret an deinen Camps raus? Konkrete Beispiele unterstrichen, Mail, Auftrag, konkrete Beispiele, wie Produkte besser wurden wegen einem Barcamp. Also während man vor zwei Jahren noch an der kompletten Sinnhaftigkeit dieser Formate zweifelte, nimmt man sie jetzt wahr und überfrachtet sie mit einer Erwartung, dass hier konkrete Produktverbesserungen beweisbar, nachvollziehbar sind. Und jetzt kann ich mich entweder freuen, dass sie gesehen werden und mir solche Fragen gestellt werden. Das ist ja schon mal eine Form von Wahrnehmung. Oder ich überlege mir, was ist für eine Überlegung dahinter, dass diese Form von vernetzten Kommunizieren bereits so überfrachtet wird, dass das ausreicht, um Produkte zu verbessern. Also das der Nukleus ist, wenn du zählst, wie viele Minuten Menschen auf dem Barcamp sind gegenüber dem, was sie sonst an Arbeit machen, dann ist das ein Missverhältnis. Aber das meinte ich so zum Beispiel, woher kommt so eine Frage, was ist der Grund für so eine Frage, was ist für eine Herangehensweise und was muss ich noch tun, damit man vernetztes Arbeiten anders einschätzt, wie was habe ich am Corporate Learning Camp gelernt, was meine Produktivität ab morgen besser macht. Und wenn ich das belegen kann, dann war ich heute gut unterwegs und wenn nicht, dann gucke ich wieder meine Mails an. Naja, aber die Frage nach der Messbarkeit ist ja jetzt keine so abstruse Frage. Also ist ja schon oft vorgekommen, insbesondere dann halt eben so von mehr zahlengetriebenen Personen aus dem Controlling oder aus dem Topmanagement. also da muss man ja klassischerweise auch als alter Knowledge Manager muss man ja schon auch eine gute Antwort drauf haben. Also ich glaube, es gibt eine Parallele zum Feld, wo es blöderweise bis heute auch noch nicht gelöst ist und das ist, glaube ich, einfach die Wissenschaft. Das Problem in der Wissenschaft ist ja auch, dass die eigentlich davon lebt, dass sie relativ frei forschen kann. Und man legt mal ein Schwerpunktthema fest, so ähnlich wie beim Barcamp, da steht ja meist irgendwie ein Titel drüber. Aber du kannst eben darunter nicht mehr sagen, was kommt da genau raus und forschst vielleicht drei Jahre in eine völlig andere Richtung. Und in Christians Grafik vorhin in der Session stand das Wort Experiment. Und der wissenschaftliche Versuch oder das wissenschaftliche Experimentieren ist ja genau das. Und ich denke, damit muss man ein Stück weit einfach leben, dass man in diesem Feld nicht alles belegen kann und schon gar nicht in Euro belegen kann, warum es sich jetzt gelohnt hat, dass Christian eine Stunde auf dem Barcamp war oder nicht. Das ist eigentlich genau dieses Serendipity-Prinzip, dass da halt Dinge zufällig passieren und wenn ich ein Jahr lang oder zwei Jahre auf Barcamps gehe und mir bringt es selber nie was, dann werde ich da auch nicht mehr hingehen, weil mich ja da keiner hinschickt, ohne dass ich jetzt irgendwie nachrechnen kann beim Arbeitgeber. Wenn ich da nicht hingegangen wäre, dann hätten wir das Produkt nicht gehabt. Das kann man meistens nur so episodisch anhand von Geschichten, die einem dann jemand glaubt oder eben nicht glaubt, ist aber schwierig anhand von Zahlen. Naja, aber bei so einem Barcamp könnte man es ja, sagen wir mal, also wenn man es jetzt wirklich messen wollte, könnte man es an der Anzahl der Impulse festmachen. Ja, also ich persönlich merke bei Barcamps, dass ich immer sehr viele Impulse mitbekomme, während ich insbesondere im Vergleich zu klassischen Veranstaltungen in der Vergangenheit, da bin ich dann nachher mit einem Thema nach Hause gegangen und habe aber da vielleicht 20 Kilo Papier dazu gehabt, aber eben weniger Kontakte. Also ich denke mal, wenn man ein bisschen in die Tiefe geht und nachdenken kann man hier schon auch ja Kennzahlen definieren, die man dann halt eben auch über eine Befragung der Teilnehmer eines Barcamps, da könnte man dann sicherlich schon auch ja, greifbare Werte in der Nähe der Messbarkeit generieren. Da kann man sich auch vorstrukturieren, wenn man weiß, dass das die Metric ist auf die, also ja gut, es ist natürlich die Frage, ob man jetzt das Barcamp wieder nach speziellen Fragern ausrichtet, aber wenn jetzt die Herausforderung, da hätte man schon eine strategische Richtung, wenn die Herausforderung der Organisation ist, neue Produkte zu entwickeln, ja, dann spricht auch nichts dafür, dagegen so ein Barcamp so ein bisschen dann in die Richtung zu lenken. Also kann man ja transparent machen am Anfang, dass man sagt, naja, so wie ich das jetzt beschreibe, bekomme ich höchstwahrscheinlich, denken die Leute eher über Produkte nach, ja. Also beim Audi Barcamp, da hat uns zwar niemand nach Zahlen gefragt, aber in Vorbereitung, dass mal jemand kommt, haben wir das im Orga-Team so gemacht, dass wir uns im Nachgang den Sessionplan angeguckt haben, das waren immer 20 Sessions und geschaut haben, welche zwei oder drei Sessions haben Potenzial dafür, dass da im Nachgang was Großes draus wird oder eine große Story draus wird. Und die haben wir nachverfolgt im Sinne von gefördert, dass daraus etwas entsteht und was sichtbar ist und was jeden überzeugt, dass diese Aktivität einen Wert hat. Und da ist zum Beispiel die Audi-Kauschbörse draus geworden, wo ein Team innerhalb von zwei, drei Monaten nach dem Barcamp auf Basis von einem schon bestehenden Tool so eine Art eBay-Kleinanzeigen gemacht hat, weil die Hypothese war, dass jede Abteilung bestellt sich Ordner oder mal ein Messgerät oder hat Laptops übrig, die verschimmeln irgendwo im Schrank und jemand anderes bräuchte das eigentlich, bestellt das neu und da geht ein Haufen Geld verloren. So und diese Tauschbörse hat glaube ich in den sechs Monaten, nachdem sie live waren, ein Mehrfaches von dem Geld eingespart, was nach einem internen Verrechnungssatz der Tag gekostet hat von den 120 Mitarbeitern, die auf dem Barcamp waren. Und so kann man glaube ich schon an so einzelnen Geschichten oder so so Wert nachweisen, ohne das jetzt irgendwie über so ein ganzes Barcamp ausrechnen zu können. Ja, wie kamen wir jetzt auf das Thema Metriken? Das K Triple M wurde ja eigentlich entwickelt, um genau dieses Metriken-Thema zu umgehen im Jahr 2000. Weil wir wurden das auch immer gefragt, also 2000 schon, und dann haben wir gesagt, das ist jetzt irgendwie, wir wollen es irgendwie messen, messen heißt ja abbilden auf Zahlen. Wir haben gesagt, wir wollen mal irgendwie den Zustand, also klar, kann man das auf Zahlen dann abbilden, dazu muss man halt mehrfach messen mit so einem Assessment, aber eigentlich interessiert uns eher der Zustand des Wissensmanagements oder den zugrunde liegenden Prozessen oder so. Ja, das ist immer so eine Sache mit den Zahlen. Zahlen haben halt ihre Attraktivität dadurch, dass sie wahnsinnig, wahnsinnig verdichten. Also ich habe eine Menge an Alltagsphänomenen und das verdichte ich dann auf eine Zahl und das ist das Attraktive. Der R-Wert, der R-Wert. Ja, was auch immer oder ich frage auch, eine Organisation ist auch legitim, wenn ich eine Organisation habe und ich kenne die nicht und ich möchte mir irgendwie vorstellen, was das ist, dann frage ich natürlich ja, wie viele Mitarbeiter betrifft das denn, was du da vorhast, weil es eben einfach dann erfahrungsgemäß im wirklichen Transformationsleben Unterschied macht, dass man irgendwie drei Leute irgendwie verändern will oder 30.000. also insofern sind Zahlen schon eine coole Sache, aber sie sind eben wahnsinnig präzise durch ihre Verdichtung und wir reden über hochkomplexeste Sachen, wir wollen nicht nur einzelne Menschen verändern, ist schon schwierig genug, sondern gleich die ganze Organisation und da gibt es schon immer geeignete Zahlen, aber wahrscheinlich keine allgemeinen. Und ich muss fair sein, ich wurde gar nicht nach einer Zahl gefragt, sondern nach einem konkreten Beispiel, was ja viel schöner ist, auch im Sinne einer, da kann ich auch eine Story machen. Gemein ist natürlich, dass ich nicht so umsichtig war, um vorher schon darauf vorbereitet, eine Storytelling-Sammlung aufzulegen. Insofern bin ich jetzt auch nach der Session vorbereitet, dass ich zukünftig stärker darauf achte, dass diese Output-Orientierten, was hat jemand davon? Und mein Eindruck ist, dass wenn Menschen, die eine hohe freiwillige Chance haben, zu entscheiden, wie sie ihre Arbeit organisieren, auf sowas kommen, dann ist das für mich Indiz genug, dass es eine sinnhafte Form von Kommunikation darstellt. Die Bedingung ist aber natürlich nicht immer gegeben, insofern gilt es, an der zu arbeiten, weil viele eben Determinanten haben, die nicht frei entscheiden lassen können. Ich kann entscheiden, ob ich so kommuniziere, ob ich so lerne, ob ich so wissen teile oder nicht, weil ich eben gefangen bin in gewissen Riten, die das entweder nicht oder noch nicht gut finden. Und da denke ich, bist du bei dem Punkt, wo dieses Modell helfen kann, wie komme ich von einem Ritus in einen anderen, der dann auch andere Möglichkeiten gibt, andere Normalitäten, andere Kultur zu etablieren. Und was habe ich für Begründungen, dass Menschen, weil das interessant ist, du kannst ja gar niemanden verändern, nur du kannst dich selbst verändern. Das heißt, was für einen Impuls gibst du, dass jemand in seine eigene Veränderung geht? Und das halte ich natürlich bei 80.000, von denen du vorsprachst, noch ein bisschen anspruchsvoller, wie wenn ich das in meiner kleineren Organisationseilheit denke. Na gut, also ich bin ja Psychologe vom Hintergrund und so weiß ich schon, wie schwer es ist, Menschen zu verändern. Es würde natürlich keine Psychotherapie geben, wenn es nicht doch irgendwie gelingen würde. Zumindest würde es die Kasse nicht bezahlen. Aber die Frage, wie man tatsächlich größere Gruppen verändern kann. Ich bin ja eben schon froh, wenn mir niemand sagt, wir wollen eben gar nicht das Verhalten ändern, sondern gleich die Einstellungen von 3.000 Leuten oder so. Das fiel mir noch bei deinem Kulturthema ein. Aber von der Analyse her sozusagen fällt mir natürlich jetzt ein, wo wir uns hier so interessant unterhalten, im Grunde das, was du da schilderst, Strategie und Ziele. Achso, ich teile nicht mehr, aber ich habe da oben was geschrieben. Irgendjemand teilt noch? Es teilt überhaupt keine mehr das Ding. Nee, Moment nicht. Die schöne, da fällt einem natürlich, das ist natürlich jetzt super herausfordernd, das alles im Kopf zu machen, noch dazu am irgendwie schon am frühen Abend. So, hat es zweimal draufgeklickt, seid ihr wieder weg. Wir lernen das noch. Aber es fällt einem natürlich sofort oder kann einem sofort einfallen, okay, Überfluss, Strategie und Ziele, okay, deine Organisation hat vielleicht zu wenig Produkte. Also, zumindest hat es der gemeint, der dich da gefragt hat. Und, genau, ja. probiert es mal aus, wenn es euch irgendwie hilft. Ich weiß auch nicht, welches Organisationsstrukturmodell gerade am beliebtesten ist. Nee, wir werden ja auf jeden Fall da dranbleiben. Also, wir haben ja ein Knowledge Camp im November, wo man sicher auch nochmal sowas ähnliches wie ein Lernholz Open Space machen. Und, wir werden das natürlich weiter treiben, weil das quasi genau der Punkt ist, wie vermittle ich jetzt sowas wie Lernholz für Organisationen Organisationen an Menschen und welche Hilfsmittel kann ich ihnen an die Hand geben, um sinnvolle Einstiegspunkte zu finden, vielleicht auch geclustert nach, was sind Storys, die ich einem Head of HR gebe, wie argumentiere ich vielleicht einem Controller gegenüber, was passiert, wenn ich mit CIO oder Leiter IT spreche. Das wäre natürlich schön, da jemand so einen Fragen-Argument-Katalog an die Hand zu geben, der dann mit hoher Wahrscheinlichkeit bei den jeweiligen Zielgruppen funktioniert. Aber, ja, fertig sind wir nicht. Oder halt eben ein Instrument, um diese Fragen sich bauen zu können. Auf dem Abstraktionsniveau sind wir eigentlich noch. Allerdings war man ein bisschen ehrgeizig, eigentlich ehrlicherweise muss man sagen, wir wollten eigentlich das für das Individuum machen, aber als Organisationsberater sind wir sofort wieder auf die Orgaschiene gekommen. Aber die Idee sozusagen, eigentlich was zu haben, mit dem man Fragen bauen kann. So hätte man vielleicht auch ich glaube, ich denke, das ist als Einstieg zur Organisationsanalyse auch sehr gut. Also was mir jetzt noch ein bisschen fehlen würde, wäre, gegebenenfalls optional, dann halt eben auch nochmal so ein bisschen die Umfeldanalyse. Also, wie ist diese VUCA-World definiert aus Sicht der Organisation, mit der man hier arbeitet? Und ergibt sich daraus halt gegebenenfalls auch ein Treiber für den Handlungsbedarf? Also ich könnte mir vorstellen, dass das durchaus auch zielführend sein könnte. Okay. Mal haben wir Fabian. Weil hier haben wir ja jetzt primär nach innen geschaut. Ja. Na ja, Einstieg zur Ehrenrettung, zur Ehrenrettung, wenn das Ding einfällt. Ja. Naja, klar. Also es ist immer schwierig dann auch, also Unternehmensumwelt, genau. Aber es ist richtig, also auch das kann man, übrigens auch eine klassische Diskussion, ob diese Dinger gleichgewichtet sind und ob derjenige, der das Geld zahlt, die Gewichtung beeinflussen darf. Aber es passt gut, ne? Ja, aber dann können wir doch wunderbar die VUCA-Dimension nehmen und dann halt eben auch mal ja, die Ausprägung diskutieren, wie die halt eben speziell für diese Organisation aussehen. Ja. Ich stelle ein bisschen Richtung Uhr, weil wir sind vier Minuten über Sessionende und um 17.15 Uhr findet die Abschlussrunde in Zoom statt. Also ich würde an der Stelle sagen, erst mal euch allen vielen Dank. Wir haben alles recordet, werden alles auch noch mal fleißig nachhören und nachbereiten und wer Lust hat, da auch ein bisschen weiter mitzudenken, es wird sicherlich auch an der Session-Dokumentation in Connect quasi weitergesponnen als Idee und weiterentwickelt und dann auf zukünftigen Veranstaltungen auch wieder vorgestellt. Aber euch allen erst mal vielen Dank für die anregende Diskussion. Vielen Dank. Ich für mich selber habe mitgenommen, Organisationen, Rollen ist wichtig, Kultur ist ein schwieriges Thema, muss man erklären und systemische Sicht, die Außenwelt muss mit rein. Im LernOS für Organisationen Canvas habe ich gesehen, fehlt die Außenperspektive mit Wettbewerbern, Kunden, Märkten, Technologien, gesellschaftlicher Entwicklung auch noch. Also haben wir auf jeden Fall schon mal drei Ansatzpunkte für das weitere Nachdenken. Da wünsche ich euch noch viel Spaß. Wie gesagt, 17.15 Uhr Abschlussrunde und dann das Abendprogramm glaube ich ab 19 Uhr oder so. Hoffentlich bis zum Melde. Macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao. So, dann muss ich mal auf Aufzeichnung beenden. Gute Sache. Okay. Vielen Dank.